Ich glaube, diese hier ist falsch. Ich glaube, hier hätte eine gerade hin müssen. Da muss auf jeden Fall noch eine geflastert werden, die kannst du sonst so nicht bauen. So ist es richtig, ne? Ja. Wichtig, Sarah, ist, wenn du hier dafür Stein nimmst, dass du dafür keinen guten Qualitativstein nimmst. Also nimm einen Stein, der maximal Qualität 10 hat. Alles andere ist zu gut für diese neuen. Es geht eigentlich nur hier darum, dass du deinen Skill aufbaust. Genau, perfekt. So, hier vorne, die Karren muss noch geflastert werden. Wir müssen noch einmal... Es gibt leider kein Steinchen. Bon. Na, Steine haben wir doch irgendwo genug geholt schon hier. Irgendwo liegt doch irgendwie mehr. Hier sind nochmal 317 in dem Karren. Hier vorne sind 1752 drin. Ja, 200 Balken müsst ihr hierfür sägen. Das ist auch schon mal ne Macht, hä? Ach, hab ich in 10 Minuten. Ach, hab ich in 10 Minuten. 480? 480? Walten aber... Walten aber... Walten aber... Walten aber... Walten aber... Walten aber gehst ja auf dem Ende, bevor ich hatte das mental ab, ne, dann kann ich mich so lange zuhause... Ne, kurze Frage mal... Ich arbeite zwar auch, aber... Ist das Wahnsinn? Ich arbeite nicht. aus einem weichholzstab kriegst du eigentlich grundsätzlich kaum balken raus meistens misslingt es dir spätestens nach dem zweiten oder dritten je nach quali so ein gutes holz muss es auch nicht sein für ein haus kannst du schlechtes holz nehmen also könntest du theoretisch irgendwann mal hier losziehen und dadurch im wald gehen und einfach da die bäume weghauen nicht unbedingt das beste holz nutzen was wir hier haben gerade da das wachst aber die holzbalken kann ich ja im wagen transportieren die kannst du transportieren allerdings nur zwölf stück in einem karten weil die dann 1200 Kilogramm das haar riechen mehr nein ich nicht gerade so viele aber einigermaßen so viel kommt drauf an nicht mal die hälfte ok ich viel willens gab geskillt hatte könnte ich vier tragen ja und ich habe jetzt das maximum fast erreicht schon was wille geht und ich kann sechs tragen nur damit der trick ist ein pferd zu benutzen das heißt an der stelle wo du die ernt ist und wegarbeitest erstellst du dein pferd ab setzt dich aufs pferd drauf reitest nach hause direkt zur baustelle und platzierst die dreien und dadurch sparst du dir sehr viel mühe und not mache ich auch immer wenn ich meine 2030 einheiten erde im internet habe also nach so läuft das hier ja ich habe immer gedacht du kannst immer so bauen wie die kästchen aufgelaufen das habe ich immer gedacht die häuser das auch drehen das problem ist nur das gewisse bauweisen je nachdem wie man es handhaben will nicht funktionieren wenn man es dann red oder mehr platz wegnehmen wie sie eigentlich sollten müssen genau weil zum beispiel wenn du in einer burg den weg zwischen zwei in der höhe ebenen anlegen willst weil du kannst grundsätzlich wenn du im endeffekt rechts im grundstück hast mit nur haus und links mit einem stall auf vier meter unterschied und in der mitte hast und weg also sprich rechts 60 links 40 und mit der dann 62 weg kannst du den hinterher planieren wenn die gebäude die baustelle gesetzt sind was sehr interessant oder viel schöner aussieht halt auch nur dafür musst du halt schön brav immer alles viereckig bauen war waren in irgendwelchen wagen von uns und eigentlich noch glas versteckt am anfang hatte ich mal eine gute menge glas gegeben ich glaube das ist meine schuld meine schuld ich wollte die waren erst alle von der straße weg haben aber den kann man doch hinten irgendwie abseite reinschieben ich zeig es dir warte ne da liegt ja der blöde sack liegt da ja auch noch rum soll ich den sack verzwecken also deaden hier 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 Das geht echt. Ja. Wieder unterm Apfel. Der Baum. Hm. Also ich finde irgendwie kein Glas mehr. Ich weiß nicht, wo das reingepackt wurde. Auch im Haus schon nachgeguckt? Ich guck jetzt grad erstmal diese. Ist schon drauf. Ja, wenn kein Glas mehr da ist, musst du einmal eine Reise zum Strand machen. Und dir Sand holen. Ich schaufe jetzt. Hier ist immer noch ein Aufmerksam труд. Es war nicht wirklich so. Ich habe noch nicht mit dem Span. Ich bin also nicht so. Ich bin auch immer aufmerksam. wagen hier fahr ich mal zur seite ja weil der hat ja nämlich holztrinne mit hunderter qualität deswegen hunderter qualität sollte man vielleicht auch etwas anders nach verwenden noch bald auf jeden oder nämlich weil dann die anderen so viel böbel und so was wenn ich den m 1 in der Zwischenzeit in der Karte Prozent waren nur noch Steine sucht hier ist noch welche 1.700 Stück drin. Fingst erst. Voll. Das hast du wieder gemacht, wo bist du? Ich will irgendwo am Holzbalken sitzen. Ich weiß nicht, bin ich so grimmig, dass sich jeder immer von mir ergeben tut. Ähm, ja. Was soll ich jetzt machen? Jetzt kommen wir nicht mehr weg. Ja, mit einem bösen Beutel mit Granaten. Ne, wie du das hast. Mit der Eingabe. Hm? Mit der Eingabe. Was war das mit der Eingabe? Wegstrich, äh, Stuck. Was, das ist Duck, meinst du, oder was? Genau. Ohne Punkt. Guck mal, Quatsch, Dings, hier. Die 200 Holzbalken. Mit dieser Technologie. Die 200 Holzbalken. Wie hast du vor. Wie wird das? Die 200 Holzbalken. Die 200 Holzbalken. Wie? 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 Döde Spiel nervt mich lang. Aber außen geschlossen. Na nun, wohin reitest du denn jetzt? Ich? Ich weiß nicht, irgendjemand ist gerade hier weggerettet von uns. Ja, das bin ich, ich hole die 200 Holzbalken schneller. Ja, Fabian, ne? Ich hole die 200 Holzbalken, will ich holen. Nur schnell, ja, okay. Nur schnell. Halte mal kurz zu. Ich nehme mir aber das nicht aus, dass er mindestens 34 mal hin und her laufen muss, wenn er 600 Tragkraft hat. Ach so, aus dem Hartholz, ne? Ja, aus dem Hartholz, ne? Krieg ich halt einfach mehr raus, ja, weil die halt mehr Haltung, äh, halbbar gehabt haben. Am besten nimmst du eine Eiche. Der Ulmer, was hast du denn für'n Blödsinn? Und bei einer Eiche, je nachdem wie weit sie weg ist, wird es sich vielleicht sogar lohnen, die... Ne, nein. Um uns sich nicht ranzuschlüren. Vorortsetzen lohnt sich momentan ja auch nicht. Ja. 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 also eigentlich können wir durchspielen durchmachen spielen 24 stunden lang und um die uhr er denkt an heute abend 19 bis 21 uhr müsste fit sein das macht die ecke wieder zu die wir gerade schön frei gemacht haben ja hier die sara nicht machen die ecke dahinten sollte frei bleiben Nein. Genau, und dann noch einmal planieren danach. Ich krieg's kosten. Das ist so schön, 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 egal. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Den hier nochmal abgraben. Nee, den jetzt auch nochmal abgraben. Abgraben und auch abgraben. So, dann den hier wieder pflastern. Der musste da bleiben. So, und wenn du jetzt mal F3 drückst siehst du Höhenunterschiede. Also das ist jetzt eine 25er Höhe und das ist eine 25er Höhe. Dann stellst du dich hier auf die 25er Höhe hier hinten und flattest in die Richtung. Bedeutet du machst das auf die gleiche Höhe. Hier auf diese musst du dich stellen und in die Richtung platten. 25 auf 25. Also planieren nennt sich das auf deutsch. Genau. Das gleiche nochmal in diese Richtung hier. Die Straße ist fertig, die bleibt so wie sie ist. Nur noch die Bodenkacheln, die jetzt hier wieder nicht bebaubar sind, nochmal sind baubar sozusagen. Ja. Die weiße muss gebaubar noch werden und die hinter dir. Genau. Jetzt ist es wieder so wie es war. Ich weiß nicht, wie sieht das jetzt hier aus mit den Mäuerchen? Die müssen ja noch gemacht werden hier. Ja. Der erste Balken ist drinnen. Ja, geht das? Das war fast fertig das Haus. Ja. Das sehe ich schon. Nimm ein Auge an. Guck grad Sand für die Fenster. Zimmern ist wie hoch bei dir? 54, okay das musst du auf 60 bringen. Ähm. Pflaster mal hier drüben noch. Einmal hier die, die zwei kannst du noch pflastern auf jeden Fall. Den hier pflastern und den hier. Mh. Dann hier. die sechs pflastern quasi wo ich langlaufe jetzt hier rüber. Ja und dann einfach hier auf diesem Gebiet noch pflastern. das was hier planiert ist. Auf 24er Höhe. sobend ist die Würfel. Und drüben fehlt auch noch ein Pflasterstein, habe ich gerade gesehen. Zwei glaube ich sogar. Einmal hier und einmal hier. Vielleicht habe ich es mit dem Feststecken, ey. Ich bin überladen und stecke mit dem Fest, sonst kann das Tor nicht schließen. Ich weiß auch gerade gar nicht auf welche Seite ich reingegangen bin. Ich glaube auch mal komplett falsch. Stell dir mal hier hin und grab mal um eine Kachel ab und dann Pflaster. Dann ist das auf welcher Höhe. Genau und jetzt Pflaster. Ja, das sieht gut aus. Auch nochmal sitzen hier. Und dann haben wir angefangen. Und dann machen wir heute aber morgen Augen, was hier neu steht alles. Ja, ich bin aber am Segen. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. ologiegebergebergebergebergebergebergen, was, wie du noch wir da waren. Ohne, was, ogne raus, cosine raus. Was wollte er dann hier hin bauen, wo das kleine Haus jetzt steht? Das kleine Fachwerkhaus? Da, wo ihr jetzt quasi alles drin wohnt. Aber ich denke mal, das kommt auf den Weg eine neue Haus da steht, oder? Das große? Oder wir vermieten es als Flüchtlingslager. Achtung, ich kratze dich hinter dir, Schatz, ne? Bitte? Ja, okay, dann komm ich an. Sag, wo du steckst. Ja, ich weiß es nicht. Weißt du es nicht, wo du drin steckst? Okay, dann ist schon mal gut. Das Frau ist man sich ja noch nicht so gewöhnt. Ja, ich seh dich dahinten umtanzen, okay. Das war's. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, was wir da machen. Wie gesagt, die anderen Sachen müssen erst mal weg. So eine Scheune würde ich vielleicht doch schon mal irgendwo hier hinsetzen. Und wenigstens einen kleinen Stall, damit ihr Milch und Wolle produzieren könnt. Das hab ich auch schon überhört. Wolle, ja. Langwieriges Zeug. Voll, voll, voll. Voll von der Rolle mit der Wolle. Ist das auf einem anderen Tor, was du? Ja. Ja, warte, ich komm wieder auf der anderen Seite. Ähm. Warte, weil wir verteidigen auch fest. Ich hänge mir komplett fest, sie kommen ja gar nicht, wo mehr raus. Ja, aber warte doch, komm, doch gleich. Ich bin doch gleich schon. Ja, wo ist hier? Würde ich wissen, wo hier ist, wäre ich gleich schon mal da gewesen. Das ist genauso wie gestern. Nein, nicht hier, dort. Ja, dort, ach dort, ja, dann komm ich dorthin. Zu dem, wo es, glaub ich, zum Hochbild hochgeht. Süden. So not einfach nach Hause teleportieren. Ja, aber mein, das Pferd macht hier fest. Ach, du bist in dem... Versuch dich doch einfach aufs Pferd zu setzen, wenn du da drin bist. Aufsteigen. Okay, dann musst du dich nach Hause porten. Indy nach Hause telefonieren. Ich kann jetzt gerade nicht mehr helfen, weil ich mein Pferd in meinem Sack gesteckt habe. Muss erst mal den Baumstamm-Athlady. Hey, selbst bei uns mitten im Tor wächst ein Baum jetzt hier, so ein Unterholz. Was soll denn das? Alter, aus den Pferdetränken kommt ne, kommt ne Birke gewachsen. Lästiges Zeug. Ja. Dann müssen wir uns vielleicht doch mal unter Umständen mit dem Gedanken auseinandersetzen, deinen Techniker darauf anzusetzen, sag. Ja, ich hoffe, dass es gefixt wird, dass es wirklich nur ein Problem von den Herstellern ist. Hast du es wieder hier rausgefickt? Mein Pferd steht in Sack. Das Pferd kannst du. Kannst du quasi da rausnehmen. Das kann ich erst rausnehmen, sobald die Zeit abgelaufen ist. Oder den Weg dahin finden. Hä, hä. Oder wie war das? Ach, ja. Leute und ihre Feststeckprobleme, oder wie war das? Beide Balken ist drin. Das ist, das Haus wird was, das Haus wird was. Jetzt nicht schlafen, bevor das Haus nicht steht. Was meinst du? Was sagtest du gerade, zweiter Balken ist drin? Der zweite Balken ist drin, ja. Wow, okay. Und ich werde nicht schlafen gehen, bevor das Haus fertig ist. Oh Mist, ich hätte den Sandwissen anladen können, ich Arsch. Fünf Minuten, zwei Balken. Doch, fünf Minuten? Ja. Oh, Runtime-Ergo. Ja, da wird ein bisschen leer ist.